Peri, du bist der allerbeste Freund, so wie ein Junge sich's erträumt, du bist zu nett und du hast Humor. Oh Peri, du bist das beste Schnabeltier, wir lieben dich und zeigen's dir, wir lieben dich wie keinen jemals bevor. Oh Peri, du bist von super wichtig, du machst von super Gliiiiih. Ihr mit euren ganzen dicken Rollkacheln, zwei Millionen schwer und so, dreckig ihr werdet cool auf den Servant. Ja, was? Was? Du kleiner Kobalt, du kannst dich nur mit der Scheiß-Kennarre werden. Noch eine, noch eine oder was? Noch eine, du kleine Fotze, du dreckiger Mucki aus dem Dschungel. Du kannst dich nur mit der Scheiß-Kennarre werden, du Bastard, Mann. Jetzt hab ich dich, jetzt kriegst du die Handfesseln an. Ja, guck dich mal an, du kleiner Wichser, Mann. Ähm, Überfall am RMS von einer Person hier auf, äh, meiner Wenigkeit. Ich bräuchte jemand 20.10. Fresse polieren, ich beende dein Leben, bevor du überhaupt Lust holen kannst, du kleine Fotze. Komm, 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 steh auf, du kleine Fotze. Hey, steh auf, hey, steh auf, mach, steh auf. Du kleiner Wichser, Digga. Ja, warum, da? Stehen sie auf, nehm sie Hände, komm, wir müssen das S nehmen. Ja, klar, und für unsere Info, äh, gegenüber ist auch der weiße Sultan, gegenüber vom DMS. Aber gut, ich hab wenigstens durchgezogen, Bruder. Oh mein Schieß. Warum misst er sich da ein, der Wichser, Mann? Also hinten. Die Lade, schon drauf. Ja, die Lade, und ja. Da ist nix dran, wieso? Nee, da hören wir aber stimmen. Wir möchten ganz gerne mal, dass die Türen... Das ist mein Hörspiel. Das sind die drei Fahrradzeichen. Das ist ja in Ordnung, wir wollen ja nur sicher gehen. Und so mal aufgeladen. Ah, Entriegelung? Oh! Ruf, ruf, ruf! Was, die Hölle? Was? Was passiert dir? Meine Bahn ist abgehauen. Ist das eine illegale Transport von Menschenhandel hier? Warte mal, warum bin ich einfach mit? Hilfe, ich komm hier nicht durch! 500 Gramm pro Körbchen. Haben wir noch Butter im Körperraum? Schmier mich mal ein. Warte. Warte, ich schwitze, ich bin ihm einmal rumgelaufen. Ich schwitze, ich bin ihm rumgelaufen. Ach so, dann rutschst du auch so durch. Das heißt, ich bin schmierig. Warte, so. Ey, das geht wirklich. Was? Ketzer hat seine Vorteile. Oh mein Gott. Hä? Ja. 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 Okay. ja ich kann auch weiterfunk er hat gefragt wer finden möchte ja 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 alles gut Die Person ist ausgeschaltet ausgeschaltet was die leute uns für stories erzählen deswegen frage ich ja auch was wir ja dann sagen sie dann kommt sie bitte nächstes mal nicht auf den ausbau button so dann können wir hier spricht die polizei so ein stück scheiße ja ich war zu schmuck voll schief tut mir leid erstmal das noch mal üben noch mal drüber klettern oder die haben sie dann nicht in der akademie gelernt rüber zu klettern doch ich habe wollen mein knie also auch damit werden die so rüber ich bin mein kräftchen so können wir jetzt aus meinem büro hallo hallo willkommen zum kohle jetzt bin ich jetzt fast vor der größe her welchen kannst du mal fahren bitte ersatzforderungen stellen wollen sie haben ein dienstausweis gesehen da wünsche mir viel erfolg ich habe eine frage ja erstmal realistisch gesehen also ich würde das jetzt sogar machen aber wir haben keine chance dass wir recht haben ich könnte nach einem eingangs tag stehbleiben sie schweigen ich kann das nicht steig doch bitte ins auto ein licht aus habe ich gesagt ich weiß nicht warum das passiert ich will ich also ich muss aufhören wirklich auch bitte bitte mir geht es gar nicht mehr gut sag mal was du hast Weil ich nie da bin.